Welcome, honey, zu einer neuen Podcast-Episode von Untamed. Ich bin Sabine Spallek, der Host dieser Show. Und 2023 ist real, my love, right? Noch ganz, ganz frisch dieses Jahr. Und diese Podcast-Episode ist dadurch inspiriert, 2023 inspiriert von dieser aktuellen Energy. Und das ist ein Impuls, den ich heute Morgen hatte. Und ich habe ihn schon in meiner Insta-Story geteilt und spürt, okay, ich will, let's dive deeper in das Topic. Und dass das eine ganz, ganz wertvolle Episode ist für, ja, grundsätzlich, aber auch besonders jetzt für diesen Anfang. Also diese Energy am Anfang des Jahres, wo man das Gefühl hat, so die Zwischenwelt oder der Vorhang zwischen den Welten ist noch sehr dünn. Diese ganze Euphorie und Begeisterung für das neue Jahr oder auch manchmal genauso schmerzhaft, weil Themen losgelassen sind, Ängste aufkommen. Also einfach eine sehr, sehr emotionale Zeit ist. Und aber auch so dieser Zauber von einem New Beginning da ist. Und dass eine Zeit ist, wo viele Menschen grundsätzlich Manifesting, du manifestierst jede, jede einzelne Sekunde mit jedem Gedanken, mit jedem Wort, mit jedem Move, den du machst. Aber besonders in dieser Zeit Menschen, ja, einfach mehr so eine Sehnsucht haben, Desire oder sich auch damit mehr beschäftigen mit dem Thema Manifesting, also Manifestation. Wünsche visualisieren, wie immer man es auch nennen mag, also deine Realität, Wunschrealität, callen, anrufen, kreieren, in dein Leben ziehen. Und ich habe dieses Jahr ganz bewusst zum Beispiel alle Dinge, ja, also Dinge nicht gemacht, die ich sonst die letzten Jahre immer gemacht habe. Zum Beispiel, ich war, also ich habe mir sonst immer Reflexionsfragen zum Beispiel gestellt und das Jahr reflektiert und Ziele und Versionen festgesetzt für mich, für das neue Jahr. Und dieses Jahr habe ich es überhaupt nicht gefühlt. So, I don't feel it. Ich hatte in keiner Art und Weise irgendeinen Wunsch, das zu tun. Und ich habe es nicht gemacht. I don't care. Weil das in meiner Welt nichts darüber aussagt, ob ich spirituell bin, ob ich bewusst bin, ob ich whatever. Ich lasse mich da in keiner Art und Weise in irgendeine Schublade stecken. Und weil ich nicht daran glaube, dass so, also in meiner Welt will ich so Spiritualität nicht leben oder das Leben leben an sich. Das ist für mich so weit weg von Untamed, wie dieser Podcast ja auch heißt. Das ist so weit weg von Ungezähmt, wenn ich mir ja selber diese Regeln aufsetzen würde. Und wie wichtig es eigentlich immer nur darum geht, dein eigenes Alignment, also deine Ausrichtung in dem Moment, was du fühlst, was du machen willst. Die Intention, die Energy, die dahinter steht. Und was ich heute in der Story geteilt hatte, war über die unterschiedlichen Formen. Wo fange ich da nochmal an? Warte, ich setze nochmal anders an. Dass bei Manifestationen immer so häufig davon gesprochen wird, auch Wünsche aufzuschreiben oder auch von diesen Reflexionsfragen, dass es immer um das Wort geht, um Schreiben, um Worte. Und ich bin, oh mein Gott, ich liebe Sprache, ich liebe Worte. Nicht ohne Grund habe ich über zehn Jahre in der Buchindustrie gearbeitet und habe in meinem Leben und genau back in the time war ich Buchhändlerin. Also ich habe in meinem Leben bestimmt mehr als, also wirklich kein Scherz, mehr als zwei oder dreitausend Bücher gelesen. Aber nicht für jedermann ist das das Tool, also das Gate, die Connection zu deiner Seele. Also das Wort, das geschriebene Wort oder das gesprochene Wort. Und damit haben vielleicht viele, vielleicht fühlst du dich jetzt gerade ganz, ganz doll verstanden, weil du immer, wenn von Manifestationen die Rede war, immer von Journaling oder Aufschreiben auch die Rede war oder von solchen Reflexionsfragen. Und das mit dir nie resoniert hat. Wo du dachtest immer so, I don't feel it. Dass du nicht einen Impuls hattest, das zu machen. Dass da nicht der, überhaupt keine Freude darin war. Und du vielleicht deshalb aus dem Grund das nie gemacht hast. Und ich genau heute darüber reden möchte, über andere Varianten. Dass es nicht nur diesen einen Weg gibt. Ich glaube das nicht. Ich glaube ganz fest daran, dass es erstmal, es gibt kein richtig oder falsch von irgendwelchen Wegen. Oder genauso wie Lebenskonzepte unterschiedlich sein können. Also wie man lebt, wie Arbeit auszusehen hat, wie Liebe, Partnerschaft auszusehen hat. Wie ein Business geführt werden darf. Dass es da so tausend unterschiedliche Wege gibt. Und die so unterschiedlich sind wie jeder Mensch. Und das genauso beim Manifestieren für dich sein kann. Dass halt dein Zugang gar nicht das geschriebene Wort ist. Sondern, und das ist gerade das bei mir, wo ich gerade sehr, sehr zu connecte. Und das sind bei mir Bilder. Also ich gerade visueller viel mehr das Gefühl habe, ich bin damit mehr connected. Und es macht mir mehr Spaß. Und das heißt halt bei mir, mein 2023, dafür gibt es zum Beispiel kein Wort. Also weil ich meine, in Instagram, meine Community gefragt habe, welches Wort gibst du 2023? Und ich für mich selber feststellte, ich habe gerade gar keins. Und weil eine Freundin mich das fragte, Biene, was ist dein Wort? Und ich dann auch spürte an dem Tag, also am Abend, als sie fragte mich das am Morgen. Und am Abend spürte ich so, es ist gar kein Wort. Und ich muss und will gar kein Wort finden. Denn ich habe gerade, ich habe Bilder im Kopf. Und mir das zu erlauben, sagen, ich brauche gar keins finden. Und das ist totally fine. Und das heißt nicht, dass ich schlecht manifestiere oder irgendwas. Sondern, dass gerade das mein Playground ist. Dass das gerade der Bereich ist, der mir Freude bereitet. Und vielleicht ist auch gerade bei dir genau das, dass du gerade mehr mit Bildern arbeiten willst. Vielleicht willst du es visuell in einem Vision Board aufschreiben. Vielleicht sind da auch Worte bei, aber einfach vielleicht mehr Bilder für dich funktionieren. Oder ganz andere Varianten. Vielleicht ist es der Ton. Also mal an alle Sinne zu denken. An all deine wundervollen Sinne. Dass es Musik ist. Dass es kein Wort ist und auch kein Bild. Sondern, dass es vielleicht ein Beat ist. Oder ein bestimmter Song. Oder vielleicht kreierst du für 2023 eine ganze Setlist. Wo du sagst, das ist mein Soundtrack für 2023. Und du hörst jeden Morgen, hörst du diese, deine Setlist für 2023. Das, was du anziehen willst. Das, was du einladen willst. Und putzt dir dazu morgens die Zähne. Oder tanzt durch dein Zimmer, bevor du mal das Haus verlässt. Oder wenn du auf dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Was immer es auch ist. Also wie du das in dein Leben integrieren willst. Oder dann auch tanzen. Vielleicht tanzt du auch zu dieser Setlist durch deine Wohnung. Und bist mehr in deinem Körper. Und das ist dein Zugang zu deiner Seele. Oder noch eine ganz andere Variante. Ist nicht nur, wenn du auch visuell arbeitest. Oder da besser mit dir connectest. Vielleicht ist es auch das Malen. Also Kunst. Vielleicht ist es Malen. Vielleicht ist es etwas Töpfern. Vielleicht ist es, da kommt mir gerade der Gedanke, als ich meine Ausbildung gemacht habe, als Naturtherapeutin. Zwischen eine Art Mandala zu kreieren. Oder ein Bild aus der Natur. Also mit Blüten. Mit Stöckern. Mit Steinen. Und alles, was du im Wald findest. Auf der Wiese findest. Und daraus eine Art Picture, ein Symbol für dich kreierst. Und das dadurch mehr verankerst, was du 2023 verändern willst. Also deinen ganz, ganz individuellen Weg deiner Manifestation für dich findest. Und zu sagen, scheiß drauf. Scheiß drauf, wie Leute dir erzählen, das ist dieser eine Weg. Erlaub dir da deinen komplett eigenen Weg für dich rauszufinden. Und da gibt es kein Zehn-Punkte-Plan oder eine Strichliste abzuhaken, wie Manifestation funktioniert. In meiner Welt, I don't believe that. Sondern es geht um diese innere Reise bei dir einzuchecken und gucken, wonach deine Seele, also wo ist der Zugang dazu, nach innen zu lauschen. Und dich dazu einzuladen, das zu machen, meine Liebe. Auf dich selber zu hören, auf deine Version, wie du manifestieren möchtest. Und wenn du magst, teile das sehr gerne mit mir. Also nimm mich mit. Wenn du das auf Instagram teilst, wenn du ein Foto machst, wenn du im Wald sozusagen dein Mandala erstellst. Oder wenn du tanzend durch deine Wohnung hüpfst, tag mich von Herzen gerne in einem Beitrag, damit ich sehe, wie, ich würde super, super interessieren, wie dein Weg ist, welchen Weg du für dich gewählt hast. Also nehme ich sehr, sehr gerne in deine Reise mit. Und dann teile ich das sehr gerne auch auf meinem Account. Ich teile dir unten, wenn du noch nicht Teil meiner Instagram-Gang bist. Unten ist der Link zu meinem Instagram-Account. Also, you're very, very welcome to join, meine Liebe. Oh, Honey, und wenn in deiner Vision für 2023 auch beinhalten sollte, dein eigenes Business zu haben, beziehungsweise ein Personal Branding zu haben, das jeder kennt, das unstoppable ist, das unvergesslich ist, das extraordinary ist, dann habe ich hier einen Shortcut für dich. Und zwar findet vom 02.02. bis 02.02. hier auf Bali Determination statt. Und das ist ein Business-Bootcamp der Extraklasse. Inklusive mir und ganz wundervollen anderen Badasses, das ist ganz exklusiv, maximal fünf Frauen werden dabei sein. Und weitere ganz großartige Experten zum Thema Copywriting, Podcast, Design, Fotografen, wird alles mit dabei sein in dieser Zeit. Und diese Journey, die du da durchgehen wirst, ist, es ist die Verkörperung von dir, die pure Essenz von dir, von der Frau, die du sein willst. Und nach Determination wirst du easy Content kreieren. Denn du kennst deine klare Message, wie du deine Kunden erreichst. Du hast nie wieder Blockaden oder Mindfucks, was du überhaupt da draußen erzählen sollst. Und nach Determination wirst du wissen und spüren, wie du dein Business führen willst, in deinem Stil, auf deine eigene Art und Weise. Und deine Positionierung ist dir glasklar. Und nach Determination hast du eine Community aufgebaut, beziehungsweise du weißt, wie du eine Community aufbaust, wie du einen Tribe aufbaust, der dir vertraut und der deine Produkte kaufen will, förmlich dir aus den Händen reißen wird. Und nach Determination wirst du noch mehr zu dieser ungezähmten Frau, der nichts und niemand mehr irgendwelche Steine in den Weg legen kann, weil du so sehr unbreakable und verbunden mit dir bist, mit deiner Version bist. Und nach Determination wirst du dein Personal Brand verkörpern mit jeder Zelle deines Körpers und damit aber auch mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, was du danach rausträgst. Alles wird deine Essenz, wird verkörpert sein in deinem Design, in jedem Content-Piece, was du rausbringst. Und du wirst Angebote kreieren, für die die Leute brennen. Und genau, weil es deinen ganzen Vibe mit drin hat. Und du bist nicht mehr random oder austauschbar, sondern unik und einzigartig. Was du von vornherein bist, aber so viele sich limitieren und sich anpassen und in Boxen packen und all ihre Einzigartigkeit nicht leben. Und das werden wir in Determination rauskitzeln. Und am Ende wird es dazu, um das Ganze nochmal visuell zu verkörpern, wird es am Ende noch ein, wir werden shoppen gehen, wir werden umstylen. Und es wird am Ende nochmal on top ein wundervolles Fotoshooting geben mit meinem liebsten Fotografen hier auf Bali, damit du mit wundervollen Fotos rausgehst, die all deine Transformationen nochmal auf diesen Bildern zeigen, damit du Content, also nochmal weitere Bilder hast, die du für deine Website, für dein Instagram, wo auch immer, wo du für deine Online-Arbeit nutzen kannst. Alle weiteren Infos dazu findest du unten in den Shownotes. Und ich freue mich riesig, dich auf Bali hier begrüßen zu dürfen bei Determination. Wir sprechen uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Untamed. Mach's gut, my love. Hab einen wunderschönen weiteren energetischen Start in 2023. Ciao. 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 Ciao.